Jo Leute, ich bin's mal wieder. Äh, jetzt sind nichts von mir, wenn ihr gerade on kommt oder so ein Ditschen-Video, was hier irgendwie Statement-Video heißt oder so. Es geht hier um den Wettstreit gegen Fabian. Äh, ich will jetzt einfach mal ein Statement machen. Wir haben es jetzt gerade... fast 6 Uhr, in 5 Minuten dann war es 6 Uhr. Und ich sitze gerade am PC. Ich darf ja nicht schlafen. Und, ja, ich wollte einfach mal ein Statement sagen, so, mich immer Hallo sagen. Und wollte erwähnen, dass Fabian ein Penis ist. Du wirst es nicht gegen mich schaffen, Fabian. Ich habe mich gerade richtig angeschlagen, nur das liegt einfach daran, dass ich nicht mehr... dass ich nicht mehr reden kann, das ist einfach... es ist einfach zu anstrengend. Ich wollte einfach eh noch duschen gehen und dann Minecraft aufnehmen. Ähm, ja. Ja, für die Leute, die auch mal Nacht durchmachen wollen, auch mal so ein Wettstreit mit dummen Freunden machen. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Ähm, ja. Was ich jetzt hier die ganze Zeit getan habe, die Nacht über. Ich habe mir erstmal... Ich kann es das hier mal kurz zeigen. Ich habe mir erstmal die ganze Zeit Schule mit Love RTL Now angeguckt. Und jetzt gucke ich mir gerade Familienbrennpunkt an, die Folge geht 46 Minuten, ich habe 9 Minuten gerade geschafft, fast 10 Minuten. Hör mir noch ab und zu so ein bisschen Musik an. Da hat jetzt eben noch Videos hoch, hier nochmal Battlefield, hier auch nochmal hochgeladen. Und... Ja. Also, das ist jetzt ein Statement-Video, 6 Uhr haben wir's. Und... Das nächste wird dann wahrscheinlich so... Nachmittags kommen, oder... Ja, nachmittags, denke ich mal so, 16 Uhr. Also in 10 Stunden. Äh, ich bin... Ich bin... Ich will jetzt hier nicht rumlügen. Ich bin schon kaputt, aber ich werde das trotzdem noch durchhalten. Dafür lasst ihr euch drauf. Ihr wollt nicht wissen, wann eben wir das jetzt 2 Tage lang machen, wie kaputt ich bin. Wie scheiße ich mich dann anhöre. Ich meine, jetzt geht's ja noch halbwegs. Aber anfangs, wo ich nicht geredet habe. Ich habe die ganze Zeit nicht geredet. Die ganze Nacht über, dann irgendwas geschaut. Da mal ein bisschen gegessen. Keine Ahnung. Und... Ja. Irgendwie, die Stimme fängt sich langsam wieder. Auf jeden Fall war's. Das mehr will ich auch gar nicht sagen. Und ja, ich wollte noch sagen, Fabian, wenn du das jetzt guckst... Du wirst sowas von verlieren. Du wirst es einfach nicht schaffen. Ich hoffe, du hast es schön gelesen. Ich meine, du darfst dich ja nicht am PC. Ich hoffe, du bist schön müde. Du darfst nämlich Barbie oder Kaiser Mario. Let's playen. Viel Spaß damit. Also, ich werde auf keinen Fall Biene Maja let's playen. Das kannst du vergessen. Nein. Also, das werde ich nicht let's playen. Wenn ich verliere, gut, dann... ...muss ich es halt so hinnehmen. Dann muss ich halt Biene Maja let's playen. Aber ich werde nicht verlieren. Und ich danke schon mal allen anderen, die jetzt auch mal wach geblieben sind, mitmachen wollen. Aber tut mir leid. Gegen mich könnt ihr nicht gewinnen. Ich bin einfach der Pro. Und ja, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Statement-Video oder beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.